Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Es gibt Stand jetzt eine schlechte Nachricht vom Transfermarkt, denn wie Sky, Watz und andere mit dem Nr. 1 Schirm berichten, ist der Transfer von Darko Chulinov zu uns erst einmal geplatzt. Letztes Jahr war er ja ausgeliehen von Stuttgart zu uns Schalke und das ohne Kaufoption und nun ging es eben darum, einen weiteren Deal für die Bundesliga auszuhandeln. Was klar war, Chulinov will gerne auf Schalke bleiben, Schalke möchte ihn gerne behalten und der VfB ist auch durchaus gesprächsbereit, ihn abzugeben, aber die Verhandlungen sind vorerst gescheitert, denn Schalke würde Chulinov wohl gerne erst einmal nur erneut ausleihen. Stuttgart möchte ihn allerdings nur per Laie mit Kaufpflicht abgeben und diese soll wohl in siebenstelliger Höhe liegen und wohl auch etwas zu hoch für Schalke sein und dadurch ist eben der Deal erst einmal geplatzt. Chulinov selber sei laut Sky auf jeden Fall enttäuscht darüber, dass Schalke nicht mehr investiert, um ihn zu halten, denn er möchte eigentlich gar nicht zurück zum VfB Stuttgart, sondern mit Schalke in der Bundesliga spielen. Nun ist aber klar, den Vorbereitungsstart wird er beim VfB mit absolvieren und ja, ob es dann nochmal wirklich eine Option für uns geben wird, ihn zu halten, ist halt nochmal eine andere Frage. Sicherlich ist klar, dass durch seine guten Leistungen, vor allem auch so ein Endspurt, andere Feininteresse an ihm haben werden, die uns vielleicht zuvorkommen werden, aber Stand jetzt möchte Schröder aktuell nicht diesen Deal mit einer verpflichtenden Kaufoption und da bin ich nicht so ganz bei ihm, außer natürlich wirklich die Höhe der Kaufpflicht ist deutlich zu hoch. Bislang war die Redner davon, dass der VfB 3 Millionen für Chulinov auf die Hand haben möchte, sozusagen als Ablösesumme für den Kauf. Jetzt ist man sich also bei einer Laie durchaus näher gekommen und sollte man da eine Kaufpflicht, zum Beispiel ein Klassenerhalt von 3 Millionen haben, wäre ich das sogar einigermaßen okay. Aber wenn ihr natürlich da drüber liegt, dann würde ich es auch nicht machen, aber so ist das natürlich schon sehr, sehr viel Pokern um einen Spieler, der auf Schalke gut funktioniert hat, der gerne für Schalke spielen würde und vielleicht auch gar nicht mal so teuer wäre im Vergleich zu anderen, aber wir kennen auch nicht die ganzen Details, die dahinter stecken und deswegen ist Stand jetzt der Chulinov-Transfer geplatzt, er wird zum VfB zurückkehren. Vielleicht haben wir natürlich noch Chancen, das hat an sich noch gar nicht geöffnet und bis Ende August kann da noch viel passieren, aber aktuell finden uns da die finanziellen Mittel, um wirklich auch eine Laie mit Kaufpflicht abschließen zu können, aber vor allen Dingen auch zu wollen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!